Hallo Ali und herzlich willkommen. Ich werde heute einen ganz leckeren und außergewöhnlichen Reis-Erdbeer-Basilikum-Salat machen. Das ist eine wunderbare Abwechslung. Es ist mehr so ein Snack. Es ist keine volle Mahlzeit. Ja gut, für manchen vielleicht schon. Ich sehe es eigentlich als Zwischenmahlzeit an. Ich werde dafür heute etwa 250 Gramm gekochten Basmati-Reis verwenden. Der ist kalt. Ich habe den noch vom Vortag. Der ist schön krümelig, schön locker. Der ist ohne Salz gekocht, darum kann ich den heute gut verwenden. Wenn man jetzt keinen hat, kocht man sich halt frischen Basmati-Reis, aber natürlich ohne Salz. Dann habe ich hier etwa 200 Gramm Erdbeeren, einen Strauch Basilikum, ich brauche nachher noch ein bisschen Zitronensaft, um das auf die Erdbeeren zu träufeln, dann nochmal etwas Pfeffer und Salz und dann habe ich hier hinten noch einen ganz leckeren Erdbeer-Essig. Wenn man also keinen Erdbeer-Essig hat, dann kann man also auch einen hellen, sehr milden Essig nehmen, vielleicht auch einen Balsamico. Als erstes schneide ich dann die Erdbeeren klein, das heißt, ich schneide erstmal den Ansatz ab. Dann halbiere ich sie, Viertel und mache daraus nochmal sechs Stücke. Das sind aber jetzt hier auch ziemlich große Erdbeeren, je nachdem. Also ich würde sie auf keinen Fall als halbe Erdbeeren reinmachen, eher etwas kleiner als zu groß. Und die letzte, die halbiere ich einfach nur. Die kommt nachher so ein bisschen als Deko noch zum Einsatz. Als nächstes schneide ich mir dann die Zitrone auf, wenn da so Kernchen zu sehen sind, einfach ein bisschen rauskratzen und gebe so ein paar kleine Spritzer über die Erdbeeren rüber. Das reicht auch schon. So, als nächstes geht es dann mit dem Reis weiter. Den Reis gebe ich dann in eine große Schüssel. Nochmal so ein bisschen auflockern, falls er ein bisschen verklebt ist. Oh, meiner ist hier eigentlich ausreichend locker. So, dann gebe ich jetzt Salz und Pfeffer dazu. Ja, ich nehme wieder hier bunten Pfeffer, man kann aber auch nur schwarzen Pfeffer nehmen. Und dann kommt ein Esslöffel, in meinem Falle jetzt Erdbeeressig, das ist ideal. Oder halt Balsamico oder ein ganz milder, heller Essig. Ja, ich nehme hier einen Esslöffel. So teile ich hier so ein bisschen. Und dann müde ich das Ganze schon mal durch. Und das Ganze lasse ich dann erstmal so 10 Minuten noch ziehen. So, nach 10 Minuten gebe ich dann noch ein paar ganz fein geschnittene Basilikumblättchen da mit rein. Das sind so 2-3 Stück gewesen. Kommt immer drauf an, wie groß die sind. Dann kommen als nächstes die Erdbeeren damit zu. Und das Ganze dann auch nochmal gut durchmengen. Ja, das ein bisschen vorsichtig machen, dass die Erdbeeren also nicht zu stark gequetscht werden. Und das Ganze lasse ich dann auch nochmal 10 Minuten ziehen. So, dann kann jetzt angerichtet werden. Ich mache dann nochmal hier in so kleine Schälchen, so ein gutes Portionchen rein. Das ruhig nochmal ein bisschen auflockern. So, das ist eine Portion. Dann noch ein klein bisschen Deko dazu. Ich gebe da immer hier so eine Erdbeere noch bei. Und so ein kleines bisschen Basilikum nochmal. So werde ich das jetzt auf den Tisch bringen. Ich habe hier zum einen noch mal ein bisschen Fleur de Celle und noch ein wenig vom Erdbeeressig, wenn man sich das noch so ein bisschen nachwürzen will. Ist wirklich mal eine ganze andere Sache von Salat. Schön leicht und locker. Und für den kleinen Hunger genau das riecht dir. Ich wünsche jedenfalls viel Spaß beim eventuellen Nachmachen. Einen guten Appetit und bis bald. Tschüss.